Musik 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 Da rein! Entschuldigung, habt ihr eine Overhead? Nein! Oh, okay! Musik 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 Okay, schön, dass ihr alle da seid. Heute, wir wollen den Versuch machen, was wir letzte Stunde schon vorbereitet haben, mit der Redoxreaktion, sprich Elektronenübertragung. Du weißt, Protokoll bitte schreiben. Und dann warten wir ein bisschen und dann sollte es theoretisch losgehen. Musik 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 Nein! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.